Ups Halli Hallöchen und Willkommen zurück bei Lutherkins hier mit dem Na mal der Faye und mit dem Johnny und es geht weiter in die dritte Ebene? Dritte Ebene ne? Was ist das? Aua! Ne ne? Oh oh Hirschkäfer Ich hab direkt Heilen an Das ist ne gute Idee weil die Hirschkäfers Die machen echt Wumms Die zerstören auch alles Oh Wenn die weiter? Träfft die uns hier? Viecher? Eigentlich nicht Was wär mal mit deiner Ulti? Hab ich doch grade schon Achso! Entschuldigung Muss eben warten Jetzt Ah Ah So meine Ulti? Hau drauf! Hau richtig kräftig drauf so lange du kannst So ist nämlich vorbei Der nicht grad auf dem Puppers direkt plattmachen aber irgendwo war noch einer Da 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 Ach das ist gut Mööö Ach das ist noch ein Knorri Ampelmann Hallo kleiner Hampelmann der so gerne pampeln kann Also das sind nur ein glaub ich Fußschritte die wir gerade hören Ich glaub jetzt war nix mehr noch Hau drauf Die sammelt euch ja nun nicht ein Ich sammle nicht alles ein Die sammelt ja nun nicht ein Nur nicht ein Die sammelt nicht ein Sie sammelt nicht Sie sammelt nicht Ah hier ist der Shop Hey ich hab nen Shop gefunden Ich hab 43 Gold Ich hab 75 Fünfmal irgendwo was Hier ist noch was Hier ist noch was Hier hinten Ich gehste Und ein Fass voller Hoffnung Achso ich wollte jetzt mal poetisch sein Moment Ich muss mal eben poetisch sein Betrunkene Worte sind Äh sind nüchterne Gedanken War poetisch oder? Hä? Ja sehr witz War das? War das? Achso Jetzt seh ich mein Aufnahmeprogramm gerade nicht mehr Sehr poetisch Ich finde auch Ich könnt auch Prolet werden Äh polit werden Ja Mein Prolet Jaja Huch Sollen wir schon in den Shop gehen? Lohnt sich das überhaupt nicht Ich hab 52 Ja ich hab 79 Kannst dir ja gleich mal geben und dann können wir ja gucken Weil im Shop war ja auch ne Wort Ja Dann gehen wir hier nach Im Shop Ja Ich hab einen Azi Loot Ja und Ich hab 52 Ahja dann nehm ich auch noch die Registr- äh Rack Festung Wenn wir hier Ähm wo kommen sie? Von da 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 Aber die heilen ja dann so schön Aber die heilen ja dann so schön Die heilen nicht doch die hier heilen doch nicht Wir heilen dann so schön hab ich gesagt Ich bin am Arsch Ich bin am Arsch Ich hab das Wars Ich glaub das Wars Leck mich am Arsch Was? Da leck mich am Arsch Oh Ich bin drauf gesprungen auf der Pfass Jetzt lässt sie wieder die Hälfte des Loots liegen Ich kenn die alten Arsch Ich kenn die alten Arsch Hä? Ja aber du kannst ja schon mal was anderes holen Eigentlich haben will Möchte tun kann Ja wir gucken erst mal was im Shop noch drin ist Wo erst nehm ich den Loot mit Und den Ja ich da hier ist doch noch viel Flut Du musst doch auch im Wasser gucken ne Da Da Mit 73 Ich hab 94 Achso hier gehts raus Da ist er um die Tür Wolltest du gucken was die kostet? Ja dann Guck ich erstmal Sechs war Lootschenken ne? Sechs war Lootschenken Da hätten wir 5% Rüstung Aber keine Regeneration Da hätten wir 2 Regeneration Da hätten wir zwar 9 Rüstung Aber 4% Rüstung Und 2 5% Rüstung 2% Regeneration 8% Rüstung 0 äh 13 Rüstung 5% Regeneration 99 Loot 27% Und Äh äh 27% Rüstung Und 10% Regeneration Kostet 256 Loot Du willst das sparen Ähm Quatsch Ich Warte mal Warte mal Warte mal Äh Ich glaube ich hol mir den Hut Der hat wenigstens 4% Rüstung Und 2% Regeneration Und dann Und dann Sperse Genau Und dann könnte ich mir vielleicht noch die für 32 Gold holen Ey, gib mir erst mal her Gib mir erst mal her Das Loot Komm, mach hinne Ja Das Loot Ja Mich Nicht die Food Kennt das überhaupt noch jemand Food 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 Hintern Kennt gar keiner mehr, oder? Ja, die Food Da Bling 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 Hehehehe So, das war alles? Wenn nicht? Hält doch wieder die Hälfte weiß ich da Ich kenn die doch Nix da Mach ich nicht Doch Kann ich mir auch leisten Ey, die kann ich mir auch leisten 13% Rüstung und 5% Regeneration Zack So, jetzt hab ich nur 29 Aber ich hab Ähm Warte Ja Fred, man Du hast ein bisschen Echt? Hab ich ein bisschen Damage? Nö Doch Echt? So, ich hab jetzt 17% Rüstung und 7% Regeneration Habe aber kritische Chance 0 Lebensraub 0% Giftfeuereis 0 Kriegt man das auch noch irgendwo Äh, wer war bei Sehen Posten brauchen wir aber beide was Rüstung Aber hallo So So Hau drauf Hau drauf Hau drauf Hau drauf Ach da Wo? Wieso stehst direkt mit der Nase dagegen? Tut's ja schon weh fast Recht, mal eben Nö, nee, nee Komm, mach wir jetzt so Hau Schieß schonmal Haben wir schonmal ein bisschen Loot So, wer kommt denn da? Oh nein Es sind die netten Kä-e-fer Achso Das hab ich jetzt, stimmt Ich habe keine Heilung mehr. Ich habe keine Heilung mehr. Ich habe jetzt diese komischen Steine. Das ist natürlich auch nicht gerade jetzt ganz so schön. Hallo, hey, hey, hey. Die habe ich aber auch gerade nicht gesehen. Aua. Ich bin jetzt gefangen oder was? Aber ich heile ja so ein bisschen. Aua. Aua, allerdings, hinter mir weg. Oh, es ist noch einer. Oh. Was, was ich höre? Sind unsere Fußtrapseln. Das sind unsere eigenen Fußtapel, Tappel, Tappel, Dinger. Ach, weißt du noch, wo wir hier gefangen waren? In der letzten Aufnahmesession. Wegen dem Bürmern. Hast du gerade einen Pilz gefressen? Ja, ich hätte auch keine Ahnung. Hast du mir einfach einen Pilz weggefressen? Ja. Du schämst dich aber schon, oder? Nee, hier, guck mal. Extra for you. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Danke. Da ist noch ein Pilz. Jetzt wollte ich auch keinen mehr. Ich hätte mir schaden, ich musste ja nicht zwei fretten. So, können wir mal shoppen gehen. Nein, Quatsch, doch hier nicht. 54 Loot habe ich. Haut ruf. Acht. Das ist natürlich nicht so viel. Oh nein, ey, Alter, ich hasse diese Käfer. Und dann auf diesen engen Flächen, ne? Voll fies. Äh, hallo? Alter, was ist denn jetzt los? Was geht? Was geht? Was ist happening? Was ist happening? Okay, wer sagt, kann ich noch treffen? Ding. Die nehmen wir jetzt zusammen hier, ne? Weil mir die Kübelchen. Äh, ja klar. So, in welche Ecke schmeiße ich dich? Ja, gut gedustert. Hopp. Ne, meins. Meins. Mein Loot. So. Ich hab 60. 17. Aha. Müssen wir jetzt eigentlich lang? Hier. Da, 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 da. Oh, das ist ja... Äh, ist auch nicht wahr sein. Da kann ich mir hier nicht leiden, Alda. Alter, schon wieder so ein Nistkäfer. Du, dich selber kannst ich nicht leiden. Oh, die kommen aber auch gespawnt ohne Ende, ne? Oh. Guck's ja gar nicht. Ich seh das alles. Über meinen Hut. Da muss nur einer. Da, zack. Haha. Buch. Ich dachte, ich könnte da drauf springen auf meiner eigenen... ...diener mal. Aua. Alter. Ich dachte, wir sind jetzt ein Platt. Ne, den nein. Machst du den ganzen Tag eigentlich. Ist hier nochmal irgendwo einer? Warte, ich will jetzt keinen mehr. Was machst du denn den ganzen Tag hier? Darf ich dem einen auf die Nase hauen, bitte? Nein, darfst du nicht. Das ist immer so gemein zu mir. Gar nicht. Jawohl. Bist ein Pilz. Und sei still. Du kriegst morgen nichts von der Torte, das schwöre ich dir. Die Torte halt nicht. Ganz allein. Echt? Ja. Ohne dich. Ach so. Komplett alles ohne mich? Alles ohne mich? Hm. Alles? Nein. So gemein bin ich nicht, das weißt du. Ja, das... Ich meinte jetzt... Ja, ich weiß, was du meintest. Äh, ach das ein Loch. Also, da war ich... Ach nein. Die Freunde. Aua. Oh, undansspukis war ich... Ach, auch noch? Ja. Ach, Gefa und Spukis. Ja, wir haben die Arschtate gerade. Ja, aber die Gold, ne? Ich glaube, das Level schaffen wir nicht mehr. Also, wir sterben wegen Fae. Ich fang hier drauf. Öh. Ja, aber die können uns nicht treffen. Oh. Irgendjemand hat uns aber getroffen. Ich sehe nur nichts. Ähm, ich bin blind. Und so gut wie tot. Wer du? Ja. Nicht. Ich bin tot. Ach, scheiße. Du schaffst das, Fae. Du schaffst das. Ja, klar. Ich kann noch nicht mal laufen. Wann soll ich das schaffen? Jetzt müsste ich irgendwann einen Pilz finden. Hm. Äh. Stell dich irgendwo hier oben auf die Bretter. Wo ich bin. Wo? Ich, ich, ich. Ich sehe dich nicht und ich komme hier nicht weg. Wenn du jetzt stirbst, gibt es das Ärger. Da. 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 Ist doch. Hab ich gerade schon versucht. Wir sind schon wieder tot wegen Fae. Äh. Alter. Alles Fae's schuld. Du bist so blöd. Ja, das guck ich mir jetzt nicht an. Weglegen. So. Du kannst einen Midgoblin stannen, indem du Pilze auf sie wirfst. Ich würde nur was werfen. Ich würde nicht nur Pilze werfen. Ich würde Steine auf meine Mitspieler werfen. Das wurde so gemeint. Und du musst mir noch mal meine Cam nochmal einstellen. Mit dem, ähm. Hä? Dass die sich, äh, scharf stellt. So. Quasi. So, den Autofokus. Ja. Oh, wie ist das nicht so. Oh, das ist gar nicht. Wie, ich weiß das nicht. Deswegen. Und zwischendurch ist die voll unscharf. Fokussiert die auch nicht. Fokussiert die nicht. Ne. Okay. Hör mal nicht. Tö, ne. Abgesagt. Ja gut, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Ich will. Was? Was willst du? Keine Rauchen. Ne Torte? Gauchen. Hör. Was hast du gesagt? Du, raus. Ich bin schon wieder. Ey, ich hab, äh, Ranken. Ja, und ich hab wieder so Eis. So. Ja gut, liebe Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Tut mir leid, dass wir nicht so weit gekommen sind. Ja, ihr wisst ja. Feja hat's wieder vermasselt. Ne, wer ist denn, als ist es gestorben? Weil ich nicht sehen konnte. Pinkfest. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession, wenn ihr denn wollt. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Flop. Und dann, äh, ja. Äh, spiel dich alleine. Ja, spiel mal alleine. Viel Spaß. Oh, Quatsch. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Bis bald. Tschüss. Auch an die Faye. Vielen Dank. Tschau. Tschau.